Wie wär's mit ner Runde? Amboss, Rums, Bums. Musik in den Ohren eines Schmieds. 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 Ich weiß, du bist beschäftigt, aber wollen wir trotzdem eine Runde Gwyn spielen? Hallo, Meister Hexer! Hier drüben! Wert und Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hexe, ich habe ein Anliegen von höchster Dringlichkeit. Ich muss dich sprechen. ZDF, 2020 Fleisch der frischesten Gut Ich weiß, du bist beschäftigt, aber wollen wir trotzdem eine Runde Gwyn spielen? Hier findest du es! Das ist ein Anliegen von höchster Dringlichkeit. 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 Ich komme mit ein in meinen Salon, guter Herr. Was? Ah, vielleicht können wir meine... Ich suche etwas Neues, etwas Spezielles. Du weißt doch, ich sollte nicht... Gwyn, spielst du? Gwyn, spielst du? Ich bin, spielst du? Das ist ein Anliegen von hochster Dringlichkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Herzogin hat ihn bestellt Ach zu, Nubes Ich brauche gute Verpflegung Hallo, Kleines Lat Dann bist du hier Wie willst du für deine Freunde? Wart und Beutel, wo gehst du hin? Wart und Beutel, wo gehst du hin? Wart und Beutel, wo gehst du hin? Hey, Edgar! Heute Abend geht's zu dir. Willkommen in mein... Puh. Ach. Das ist übert... Tut mir leid, dass ich frage, aber ich... Zeig mir was. Spielst du oft Quint? Das ist ein Moment. Das ist ein Moment. Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. Wollen wir? Das war's für heute. 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 Ahem! Mein Mund ist trocken. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.